Hallo und herzlich willkommen aus dem Werk 45. Heute präsentieren wir euch einmal den Porsche KM&S. Dort haben wir die Original-Headmonit demontiert und das gegen eine Zubehre-Headmonit von uns ausgetauscht. Wir haben die ganze Bedieneinheit einmal komplett natürlich dem Gerät farblich angepasst. Wir haben Klimabedienteilen und alles was drum herum ist einmal auch dementsprechend schwarz lackiert. Aber das werdet ihr gleich im Video sehen. Wir haben das Gerät getauscht, weil unser Kunde USB, Bluetooth Audio, ganz wichtig Navigation und alles das was wir jetzt gerade hier so benötigen brauchen vermisst hat. Wir haben da die Alternative von JunaWin gewählt. Die Geräte sind für die Porsche-Generation von 2006 bis 2012 gerade sehr gut. Wir haben keine großartigen Probleme oder Rückläufer von diesen Geräten, haben damit relativ gute Erfahrungen gemacht und haben die dann dementsprechend unserem Kunden auch weiter empfohlen. Wir zeigen euch im Anhang ein kleines Video, wo ihr das Gerät einmal im Fahrzeug seht, wie man es bedient, ganz kurz bzw. wie es funktioniert. Und wenn ihr selber Besitzer eines Porsche seid oder sagt, ja genau das Problem habe ich auch, aber für Porsche gibt es nichts, werdet euch einmal bitte an Werk45. Wir können euch helfen. Wir haben da Alternativen. Wir sind natürlich auch mit den Einbauten vertraut von diesen Geräten und mit Soundsystemen oder ohne Soundsystemen. Da gibt es ja auch verschiedene Varianten. Da sind wir auf jeden Fall der richtige Einsprechpartner für euch. So, jetzt kommt das Video im Anhang. Schaut es euch an. Wenn es euch gefällt, einmal Daumen hoch oder liken, teilen. Werk45 markieren, freuen wir uns immer sehr drüber. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, natürlich auch mit diversen Videos, Ideen, die wir haben. Ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen und bis demnächst, euer Werk45. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank. Das ist mein Weg. 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 Das ist mein Weg.